Wer bist du? Also ich bin der Chris Gartscher, ich komme von Wengi und ich bin 18. Ich mache Musik seit ich klein bin. Was denkst du über die Schweizer Rap-Szene? Es ist geil, fühle ich es, es ist vielfältig. Es sind mehrere Sprachen, die involviert sind und es ist geil. Wie bereitest du dich auf den Auftritt vor? Wir sind in Wengi im Sing-Saal. Wir werden dort ane mit all unseren Jungs und gehen wir ab in dieser Recruit. Ja Mann, kommen wir mit vier Jungs.